hallo zusammen und herzlich willkommen zum neuen produktvideo vom hanfmagazin und heute präsentiere ich euch von euphoria die cbd kaugummis und das ist wirklich das radlich man jeder der mich kennt weiß ich beschäftige mich gern mit alternativen einnahmeformen für cbd nichts gegen cbd öle aber es geht auch anders also ein kaugummi scheint mir als einnahmeform für cbd besonders interessant aus verschiedenen gründen jetzt zeige ich dir erstmal sehen die aus man kann dir also wenn man jetzt nicht lesen könnte könnte man das kaum von normalen kaum unterscheiden durch die zugabe von ätherischem cannabis öl schmeckt der kaum mit tatsächlich auch nach hand also nach cannabis und hat aber trotzdem dieses frische von was ein typischer geschmack geschmack eigentlich auch sein soll sehr lecker wie ich finde aber die einnahmeform hat noch weitere vorteile und zwar dadurch dass man den kaugummi am mund behält und lange darauf rumkaut wird das cbd nach und nach von der mundschleimhaut absorbiert was ich sehr gut auf die bioverfügbarkeit auswirkt und das wiederum verbessert die wirkung verstärkt sie und sorgt dafür dass sie schneller eintritt sehr gelungene sache wie ich finde auf der homepage von euphoria könnt euch mal umschauen das ist ein gewaltiges sortiment von cbd elberts die kaugummis sind erhältlich in einer zwölf milligramm cbd variante und einmal aber auch noch stärker nach 18 milligramm cbd variante euphoria ist der größte welt ich glaube weltweit der größte hersteller wenn zum cbd lebensmittel geht und das sortiment von denen ist wirklich 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 vielfältig schaut euch da am besten mal auf der homepage um ich hoffe euch gefallen auch cbd kaugummis und dieses produkt video von mir und wir sehen uns dann beim nächsten mal wieder bei meinem handmagazin produkt video und bis bald